Wieso ist das für mich so total wichtig? Es wird bei jeder heiligen Mess gebraucht. Worte Jesu. Da kommt das Brot und Taten. In die Kälte kommt der Wein. Da ist er Brot und Wein in seinem Leib und seinem Blut. Worte und Taten. Dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Also wir sind hier in der Sakristei des Kölner Domes. Unser Erzbischof Kardinal Meisner sagt immer, dass die Sakristei ihn sehr an die Hedwigskathedrale erinnert, weil der Größe her sei das eher vergleichbar. Also die Sakristei im Kölner Dom ungefähr so groß wie die Hedwigskathedrale in Berlin. Aber sie ist hier die Sakristei der Ort, wo alle Gottesdienste vorbereitet werden, wo die Messgewände ausgelegt werden, wo alles aufbewahrt wird, was man zur heiligen Messe braucht. Also ein ganz wichtiger Ort. Und jetzt gehen wir nach nebenan. Dort ist der Kapitelsaal. Das heißt, wir Domkapitulare haben da den Raum, wo wir uns ankleiden. Und jeder hat dort auch so einen Schrank, einen Spind, wo wir unsere Sachen aufbewahren. Gehen wir mal da rein. Das ist also der Kapitelsraum. Hier sind die Schränke alle sehr schön verziert. Und hier vorne ist mein Schrank. Den mache ich mal auf. Hier sieht man die Korkleidung, die feierliche. Und andere Sachen, Stohlen, die aufbewahrt werden. Und hier ist etwas, was für mich in meinem Leben total wichtig ist. Und das möchte ich mal rausholen. Das ist nämlich hier in diesem Köfferchen drin. Und zwar ist das mein Kelch. Dazu gehört noch diese Hörschenschale. Den habe ich bekommen zu meiner Priesterweihe. Benutze ihn fast täglich, wenn ich nicht auswärts die heilige Messe habe. Es ist schlicht gestaltet, aber dennoch wertvoll. Das Material ist Silber, vergoldet. Hier sehen wir einen Knauf, Semail mit dem Fisch, ein Symbol für Christus. Wofür ist so etwas Wertvolles? Wieso ist das für mich so total wichtig? Es wird bei jeder heiligen Messe gebraucht. Auf die Schale kommt das Brot und in den Kelch kommt der Wein. Und wir glauben, dass bei der Wandlung, wenn der Priester dann sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, wenn er die Worte Jesu verwendet, dass das nicht Brot bleibt und Wein bleibt, sondern dass das wirklich Leib und Blut Jesu Christi wird. Das heißt, dass in dieser Schale und in diesem Kelch tatsächlich Jesus Christus wirklich gegenwärtig ist. Und damit wir das nicht vergessen, weil das Brot immer noch unscheinbar aussieht und der Wein immer noch unscheinbar aussieht wie Wein. Dass wir nicht vergessen, wer das ist, den wir hier in Händen halten. Deshalb ist das so etwas Wertvolles, deshalb ist das Silber vergoldet. Und wenn es noch viel wertvoller wäre, es wäre nichts gegenüber dem, was dann hier drin ist, nach der Wandlung der Leib und das Blut Christi. Das ist für mich eigentlich das größte Geschenk unseres Glaubens. Wir glauben an einen Gott, der uns so gern hat, dass er ganz mit uns zusammen sein will, dass es sich uns sogar, es ist unbegreiflich, zu essen gibt, zur Speise gibt. Das ist das größte Geschenk, finde ich, unseres Glaubens. Das ist das Wichtigste, was ein Priester tun kann, die Heilige Messe feiern. Und deshalb ist dieser Kelch für mich so wichtig. Weil das eben so wichtig für mich ist, wird das auch dieser Kelch und diese Patine, wie man sagt, wieder sorgfältig verpackt, verschlossen und zurück in meinen Spind gebracht. Musik 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 Musik